Erfolgsstory Euro-Jackpot 9 Jahre jung, 18 europäische Länder, jetzt 100 Jackpot-Gewinner. Glückwunsch an wen auch immer, der den Jackpot abgeräumt hat. Und das Zweite ist natürlich eine Riesenfreude. 100 Jackpot-Gewinner in dieser doch noch recht jungen Lotterie. Neun Jahre sind wir dabei, wir feiern im nächsten Jahr unser Zehnjähriges. Eine echte Erfolgsgeschichte. Im März 2012 startet die Lotterie neu in sieben Ländern. Bis heute treten elf weitere Teilnehmerländer bei. Die Ziehung jeden Freitag in Helsinki macht seitdem europäische Tipper regelmäßig zu Millionären. Also Europa ist wichtig, denn zum einen wäre das Produkt Euro-Jackpot ohne Europa gar nicht möglich. Wir brauchen so viele Lotto-Gesellschaften, um diesen Jackpot überhaupt bilden zu können. Und das Zweite, ich kann in ganz Europa, nicht nur bei mir vor Ort, sondern in ganz Europa damit Gutes tun. Denn Lotto-Gelder, Euro-Jackpot-Gelder werden auch für Good Courses, also für das Gemeinwohl eingesetzt. Das Spielprinzip simpel. Fünf oben, zwei unten. Im oberen Feld werden fünf aus 50 Zahlen getippt, dazu zwei aus 10 Euro-Zahlen. In jeder Woche sind mindestens 10 Millionen Euro im Jackpot. Ja, das ist eben der Kick, dass da doch ganz große Summen im Spiel sind. Also Euro-Jackpot spiele ich jeden Freitag. So ein bisschen der Reiz natürlich am Lotto, die Gewinnmöglichkeit. Weil ich einen hohen Gewinne mag. Ja, da kann man sich alle Träume und Wünsche erfüllen, die man noch so hat. So ein bisschen mehr vom Kitzel braucht man halt. Tippen können Sie in jeder Lotto-Annahmestelle oder im Internet auf www.eurojackpot.de Viel Glück, Buona Fortuna, Lucatil.